Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE 13. Ich versuche erneut das Royal Rumble mit Stone Cold Steve Austin zu gewinnen. Ich bin immer am dominieren und irgendein Spassdi haut mich dann raus, weil ich das Kampfsystem nicht checke. Okay, ich checke es schon, aber es ist echt blöd, dass man die Leute nicht mit dem Irish Whip in die Seile befördern kann. Es ist echt scheiße. Muss man sich immer in die Ringecke... Naja gut, das stimmt, das könnte ich eigentlich mal machen. In die Ringecke dann befördern und von da aus rausschmeißen. Stimmt, das wäre eigentlich mal eine Idee. Okay, naja, es ist zu spät. Und dann kickt er mich da raus. Ich wusste gar nicht, wie man das abbricht. Ich habe schon gedacht, ich habe es geschafft, jawohl. Und dann kein Plan, wie er es gemacht hat zum Schluss. Oh Mann, waren schon alle draußen, ey. Aber das Royal Rumble dauert eh ewig lange, weil so ein Royal Rumble immer ewig lange dauert. Das hat ein Royal Rumble eben an sich. Bis da mal 30 Mann aus so einem Ring rausgeflogen sind, dauert immer ein bisschen. Aber gut, ich weiß jetzt nicht... Ne, eigentlich haben wir... Ich habe ja eben gesagt, im letzten Part habe ich gesagt, wir haben am Anfang angefangen, am Anfang des Matches. Aber das stimmt ja gar nicht. Da waren ja schon vier Leute drin. Das heißt, wir haben nicht... Wir sind nicht jetzt schon fast zu Beginn des Matches reingekommen. So, dann fassen wir hier erstmal Mark Henry an und machen dem mal ein bisschen Blatt, geben dem mal ein bisschen Zunde. Das gleiche machen wir mit Mick Foley und geben dem hier erstmal ordentlich eins auf die Mütze, den ganzen Kollegen hier. Und zeigen dem, wer hier der Boss ist. Nämlich Stone Cold Steve Austin. Austin 360. Versuche ich den mal rauszuhauen hier, Mark Henry. Ah, fuck. Falsch gedrückt schon direkt. Scheiße. War klar, dass das jetzt nicht funktioniert. Also gehen wir mal wieder auf Mick Foley. Der meint hier erstmal, er müsste kontern. Und mir gelingt es nicht zu kontern. Das ist scheiße. Aber... Jetzt lenkt Mark Henry Mick Foley ab. Und der Road Dog kommt rein. So, und jetzt kommt hier erstmal ein schöner Angriff von uns. Was war das denn jetzt? Na, egal. Auf jeden Fall dürfen wir den Rock ja gar nicht raushauen, bevor wir nicht den Stone Cold Stunner mit ihm gemacht haben. Das ist auch wichtig. Denn das wäre ein bisschen scheiße, denn das ist ja eins der historischen Bonusziele. Alter! Kontert der hier die Attacke ab, ey. Wie so ein junger Agiler. Aber eigentlich ist Mark Henry alles andere als ein junger Agiler. Naja, ist auch egal. Das war so klar, dass der irgendwann abblockt hier. Scheiße, Mann. Das hat bestimmt wehgetan. Das war fast ein dritten Eier. Schon wieder, du Spasti. Komm mal klar, ey. So, erstmal abhauen hier und auf den Road Dog gehen. Ja, beim letzten Mal auch ordentlich bearbeitet. Wer gut da raushauen bringt wohl eher wenig. Der, äh... Hat nämlich einiges noch auf dem Kasten, denn der ist ja gerade erst reingekommen. Und ich bin jetzt, glaube ich, immer zu spät. Ja, hat nicht geklappt. Kann ich mich noch mal raus... Doch, jetzt kann ich noch mal rausschmeißen. Jetzt haben wir es geschafft. Ja, da muss man hier in die Mitte treffen, Alter. Wie schwer ist das denn? Das geht bei gar nicht. Ne, das geht nicht. Hat nicht funktioniert. Also bleibt erstmal drin, der Road Dog. So, und jetzt... So, und jetzt... Ja, jetzt kommt er natürlich erstmal. Scheiße. Ja, fuck. Oh, meine Damen und Herren. Das ist... Heute ist nicht mein Tag. Wieder kommentarmäßig. Also sorry, dass der Kommentar in diesem Part ein bisschen scheiße ist, aber... Ich bin jetzt irgendwie gerade ein bisschen demotiviert, was das Spiel angeht, aber gut. Weil ich eigentlich übel am Dominieren war und dann... Oh, leck! Ja, wieso kann man... Wieso kann man da zweimal blocken und ich weiß das nicht, ey. Komm jetzt aber mal, endlich. So, und jetzt... Wollen wir mal, starten wir mal eine Attacke gegen den Kollegen. Ja, komm, hauen raus. Aber wir humpeln ja schon wie so ein Affe. Ist ja Wahnsinn hier. Ja, er hat uns direkt hier wieder weg. Ah, leckfett. Jetzt hat der Stone... Jetzt hat der The Rock rausgeschmissen, der Spast. Oh, ich starte wieder neu. Ich will jetzt aber doch, dass... Schmeißt der The Rock raus. Super. Also, ich starte jetzt mal neu, um den Stunner noch an The Rock ausführen zu können. Klasse, hier geht ja alles schief bei dem Royal Rumble. Geht alles schief, was schief gehen kann. Aber gut, wir versuchen es weiter mit Austin 316. Stone Cold Steve Austin. Wir versuchen es nochmal und... Diesmal schaffen wir es auch. Of course I said so. Will ich doch mal klapp behaupten. Also, den vier gönne ich jetzt erstmal wieder einen kleinen Spaß. The Rocket of Mark Henry und Mick Foley fasst den anderen an, beziehungsweise eher ihn. Und gleich kommt wieder die wunderbare Musik. Von der Texas Rattlesnake. Und dann kommen wir wieder rein. Als Stone Cold Steve Austin. Ich hoffe mal, dass es uns diesmal besser gelingt. Alter, JR ist doch ein richtig geiler Kommentator. Muss man nochmal sagen. Stone Cold is here. Ja, man kann es natürlich nicht nachmachen, aber JR ist echt ein richtig geiler Kommentator. Beim letzten Mal habe ich ja noch überlegt, wie denn der neue Kommentator heißt, der mittlerweile an der Seite von Jerry, The King, Laura ist. Und letztes Mal war es mir nicht auch eingefallen, wie gesagt. Aber jetzt weiß ich es wieder, es ist mir wieder eingefallen. Es ist Michael Cole. Den kennen wahrscheinlich auch viele aus so ein paar The Rock Interviews. Der hat nämlich öfter mal The Rock interviewt und der hat den darauf oder währenddessen ein bisschen blatt gemacht. Oder was heißt blatt gemacht eben? So wie The Rock es immer macht. Die Leute verarscht und zur Sau gemacht und lächerlich gemacht. So das auch mit Dingelskirchen. Das ist öfter mal gemacht mit Michael Cole. Come on, you're rolling. Shut your mouth. Und da haben wir die Signature. Oh scheiße, jetzt sollen schnell machen. Bei... Ah, geht natürlich wieder nicht. Klar. Komm, wir machen mal gemeinsame Sache mit The Rock. Oder auch nicht. Kein Doppeldingens, sondern wir gehen jetzt hier auf den komischen Kerl, den ich nicht kenne. Und vielleicht hauen wir den ja auch raus. Oh super, jetzt ist er schon. Doch, jetzt ist er wieder... Und da sind wir zu zweit am Start. Der hilft uns jetzt, der gute Mark Henry. Das gibt es natürlich auch ab und zu mal. Scheiße. Fuck, ich hab's verkackt. Sorry. Ich hab übel daneben geklickt. So, und jetzt will ich mal auf The Rock gehen, um den... Um den, den Finisher zu verpassen. Den Stunner. Aber... Doch, jetzt geht... Nein! Nein, du Idiot! Alter, mach dir das mit dem Road Dog. Alter, fick dich doch mal. Ey, was soll der miss denn? Oh, naja, dann gehen wir erstmal jetzt schön auf The Rock. Dann hauen wir mal eine rein. Und dann würde ich sagen, befördern wir den Road Dog mal in die Ring-Ecke und versuchen ihn von dort aus rauszuschmeißen. Immerhin hat er gerade einen Stunner abbekommen. Das ist jetzt auch kein läppischer Finisher. Aber trotzdem schafft er es hier ohne Probleme, mich hier das Ganze abzuwehren, obwohl ich die richtige Taste gedrückt habe. Da bin ich mir sicher. Okay, diesmal habe ich hier falsch gedrückt. Und jetzt kommt The Rock. Und ich bin mal wieder zu früh. Und da kommt wieder der Komische mit den hässlichen Tattoos. Der mich von weitem weg, von weiter weg immer an Eddie Guerrero erinnert. Aber ist es natürlich nicht. Aber mit den langen Haaren erinnert er wirklich an den alten Eddie Guerrero. Später sah er dann ja anders aus, als er in der Kurzhaar-Frisur. Aber scheiße, komm, da blocken wir jetzt aber ab. Das lasse ich nicht über mich ergehen. Jawohl, zack. Da hast du es, The Rock. So einfach ist es nicht, hier Stone Cold rauszuschmeißen. Das schafft dann nur ein Mick Foley mit irgend so einem behinderten Scheißdreck. Nein, nicht The Rock rausschmeißen. Hast du sie noch alle? Nächster, alter Falter, war das eng. Alter Falter, war das eng. Nein, ich will auch, nee. Bist du verrückt? Nee, abbrechen. Jetzt hätte ich hier fast The Rock nicht an die Seine schmeißen. Aber gleich habe ich wieder den Finisher. Vielleicht gerade zum richtigen Zeitpunkt. Komm, geh weg Signature. Ich will den Finisher und den gegen The Rock ausführen. Den Stunner, da ist er. Zack. Das war's. Das war der Stone Cold Stunner. So, jetzt. Was macht der denn jetzt? Was ist denn jetzt los? So, jetzt haben wir ihn in der Ringecke und jetzt kommt der war raus. Jetzt kommt The Rock raus. Oh, nee. Daneben geklickt. Ich Idiot. Dann haben wir ihn eben raus. Oh, der hat seinen Signature-Move im Moment. Ich glaube, der kann dann einfach so abbrechen, wenn er will. Oh, macht aber nicht. Ah, er macht das hier. Und jetzt muss ich hier wieder versuchen. Okay, einmal habe ich es geschafft. Nochmal geschafft. Und damit ist er raus. Nice. Das war's mit dem Kollegen. Jetzt ist noch The Rock drin. Und dieser Fake Daddy Guerrero, der hat auch noch den Signature-Move. Genauso wie ich. Und The Rock hat keinen. Dafür hat The Rock schon Blut am Kopf. Und den Arm verletzt scheinbar. Also jetzt sieht es mal ein klein bisschen besser aus. Für uns, für den Texas Rattlesnake. Für Austin 316. So, und der geht erstmal wieder auf The Rock hier, der Kollege. Und jetzt versuche ich ihn rauszuschmeißen. Mal gucken, ob mir das gelingen wird. Das war schon mal gut getroffen. Der hat aber noch sein Signature. Der könnte, glaube ich, einfach so abbrechen, wenn er will. Also einfach so. Macht er aber nicht. Er macht hier das. Und jetzt gehe ich natürlich auch... Ja, er geht natürlich auf The Rock, anstatt den Kollegen rauszuschmeißen. Wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich jetzt den Typ rausschmeißen. Was war das denn gerade? Wieso hat es angefangen zu lecken? Da bin ich lieber erstmal... Erstmal ins Menü gegangen, bevor mir hier irgendwas passiert. Ich schubste mich schon wieder weg. Und jetzt gehen wir mal auf ihn, denn sein Tech-Team-Partner kommt hier gerade zum Ring. Das gefällt mir natürlich nicht so. Dann, bevor die hier irgendwelche Allianzen schließen, würde ich sagen, hauen wir den Kerl einfach mal raus. Ich gebe mein Bestes. Und jetzt hoffe ich mal, dass der andere sich direkt mal schön mit The Rock beschäftigt. Macht er auch sehr gut. Jetzt haben wir hier die Chance, ihn rauszuschmeißen. Und das war's. Damit ist der gefakte Eddie Guerrero draußen. Und können wir ihm nicht hier helfen? Irgendwie? Jetzt haben wir es abgebrochen. Achso, ich bin hier... Das war ein geiler Konter. Das war ein geiler Konter. Zack. Geh mal da in die Ecke. Ja, und du schmeißt ihn mal raus. Wenn ich dir die Stinkefinger zeige. Hehehe. Ah, der war gar nicht der Stinkefinger. Denkst du? Na, egal. Er kann ihn jetzt natürlich auch rausschmeißen. Ist ja kein Problem. Wir haben ja den Stunner bereits ausgeführt. An The Rock. Aber er ist noch drin. The Rock ist noch drin. Jetzt tatsächlich geschafft, hier noch drin zu bleiben. Die Bonusziele haben wir übrigens, by the way, bereits alle geschafft. Wir haben jetzt bereits alle historischen Bonusziele. Wir haben bereits drei Leute rausgeschmissen. Und da hören wir Freude, schöner Götterfunken. Und das ist natürlich ganz klar, was da ansteht. Genau. Hunter Harst Hemsley kommt in den Ring und verpasst uns jetzt wahrscheinlich gleich mal eine. Aber ich würde sagen, wir verpassen ihm eine und zwar den Stunner. Aber dann wohl eher doch nicht. Ihm verpasse ich jetzt aber einen Stunner. Was macht der denn? Ich habe Stunner gemacht. Ah, ich habe noch zwei Finisher. Sehr gut. Wieso kommt der jetzt hier als Erster zum Angriff? Ey, Spaß die. Scheiß Triple H. So, mit dem habe ich jetzt mal keinen Stunner. Sondern erst mal hier gehe ich auf sein Knie. Und das ein bisschen zu mitleidenschaften hier. Jetzt kommt der Stunner. Jawohl. Und da ist er schon wieder. Mick Foley. Als Cactus Jack. Da kommt er wieder. Ja gut, Mick Foley hat eben mehrere Charaktere. Mehrere alter Egos. Der kann auch öfter mal kommen in einem einzigen Royal Rumble Match. Und genau das passiert jetzt. Da ist er wieder. Mick Foley. Diesmal eben als... Ah ne, Moment. Oh, sorry. Als Dude Love. Nicht als Cactus Jack. Als Dude Love ist er jetzt drin. Sorry, da habe ich mich mal wieder vertan. Vertan. Hebe ihn mal auf. Und schmeiße ihn am besten raus. Den Triple H. Dann geben wir hier jetzt unser Bestes, um den Kollegen nach draußen zu befördern. Ja, da geht es schon ein bisschen weiter. Jetzt habe ich ihn verdrückt. Schon wieder. Und deswegen liegt er jetzt auch noch da unten. Ich probiere es mal hier wieder mit dem... Einmal. Zweimal. Zack. Triple H ist raus. Triple H. Das war es mit ihm. Er ist nicht mehr in diesem Royal Rumble Match. Und dem Typ geht es möglicherweise gleich ähnlich. Ne, doch nicht. Gehen wir erstmal auf Dude Love. Und verpassen ihm die Signature. Komm. Oh, scheiße. Du Wichser. Kontert der hier wie so ein Spast. Ey, Battle. Jawohl. Ey, Moment. Wo ist mein Finisher? Ey. Wo ist mein Finisher hin? Ich hatte noch einen Finisher. Ah, okay. Der ist doch noch da. Jetzt habe ich auch wieder zwei, logischerweise. Wie kann ich denn den Finisher einsetzen, um so ein Ding abzubrechen? Ich glaube, das geht. Man kann einen Finisher einsetzen, um so ein... Ja, so ein... Er versucht, des Gegners einen rauszuschmeißen, um den abzubrechen. Meines Wissens geht das wirklich. Deswegen zeige ich euch mal die Stinkefinger, weil ich nicht weiß, wie es geht. Also, erstmal wieder ein Move gegen den. Schön aufs Knie. Das ist immer gut. Du bekommst jetzt den Stunner ab. Klar. Ich kann... Was war das denn? Ich konnte ihn nicht angreifen mit dem... Mit dem Finisher, weil der... Klar, logisch. Ich konnte ihn nicht angreifen. Ja, fick dich mal, du Spasti, ey. Ich konnte ihn nicht mit dem Finisher angreifen, weil der seinen Jubel gemacht hat. Wie unfair ist das denn, bitte? So, jetzt schmeiß den mal raus, ey, während ich hier die Stinkefinger zeige. Ja, auch geil, dass die Stinkefinger zensiert wurden hier. Ist auch geil. Also meistens nochmal. Was soll er jetzt schon wieder hier? Hat schon wieder geleckt. Und schau wieder an dich raus. Schmeiß die Leute mal raus. Ja, komm. Nicht so. Mit A. Geh hin und drück A. Ja, genau so. Und jetzt hau ihn raus. Hau ihn raus. Hau ihn raus. Komm. Schaffst du. Du, Glove. Du, Glove. Ich zähle auf dich. Komm. Gib ihm. Gib alles. Ah, du Wichser. Jawohl, er hat es geschafft. Ne, er hat es nicht geschafft. Na, super. Ich will endlich mal wieder meinen Finisher machen. Jetzt aber. Zack. Stunner. So geil, wie er immer wieder abgeht nach dem Stunner. Oh, guck dir dem sein Face an. Ha, ha. Der wird Spaß haben noch in diesem Match. Mit so einem Gesicht. Der hat ja jetzt mehr Blut wie Haut im Gesicht. Das muss man auch mal sagen an der Stelle. So. Und jetzt versuche ich, gebe ich hier mein Bestes um. Dude Love alias Mick Foley rauszuschmeißen. Und es gelingt mir nicht sofort, wenn der Kollege hier Blut verliert wie sonst was. Alter, geht das hier schnell. Ich habe es trotzdem geschafft. Ihr Spastis. Alter, die war mich gegeben. Und ich glaube, er ist der Letzte. Es kommt nämlich gar nicht mehr rein. Das sieht mir gut aus, meine Damen und Herren. Das sieht mir gut aus. Jetzt kommt erstmal wieder der Signature Move. Ich habe jetzt zweimal den Stunner. Zweimal habe ich den Stunner. Und der Kerl ist kaputt wie Scheiße. Der hat schon mehr Blut vergossen, wie Stone Cold hat. Zack. Stunner. Du Spasti. So. Mein Kollege. Dann steh mal auf. Dann steh mal auf. Scheiße. Ich wollte ihm direkt nochmal einen Stunner verpassen. Und Stunner. Alter, den haben wir so gefickt. Ey, das gibt es gar nicht. Zack. Du bleibst erstmal liegen. Komm, steh auf. Wie hebe ich den Kern nochmal auf? So, ne? So. So. In die Seile mit dir. Und raus. Komm. Du fliegst jetzt. Jetzt ist Feierabend für dich. Jetzt ist Feierabend für dich. Du fliegst jetzt raus. Ich drücke jedes Mal falsch. Jetzt habe ich getroffen. Du fliegst raus. Das war's. Und das ist es für Austin Wins. Stone Cold Wins. Stone Cold. Stone Cold. Stone Cold ist going to WrestleMania. Oh nein. Ich kann nicht glauben. Die Texas Rattlesnake will be going to WrestleMania 14. Stone Cold war ein Markman. Er musste durchbrochen Glas gehen, um es zu tun. Aber er hat es geschafft. Stone Cold hat die Rumble gewonnen. The toughest SOB is on his way to WrestleMania to meet the champion. Jawohl, meine Damen und Herren. In diesem epischen Royal Rumble Match haben wir Stone Cold Steve Austin gewonnen. Übrigens ist Stone Cold Steve Austin der Einzige, der die Royal Rumble Match insgesamt dreimal gewonnen hat. Und davon, by the way, auch zweimal hintereinander. So, wir gehen wieder ins Zeitachsen Menü. Denn das war's jetzt erstmal wieder mit Let's Play WWE 13. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dann geht's hier noch weiter mit diesem Match hier. Also, okay, dann hab ich mich doch geirrt. Es geht doch nochmal weiter mit dem, äh, mit dem Aufstieg von DX. Weil hier kommt DX jetzt auch wieder ins Spiel. Aber, meine Damen und Herren, das war's jetzt wirklich erstmal wieder mit diesem Part von WWE 13. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Mir hat's jetzt doch nochmal Spaß gemacht, dieses Match. Und wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Also, tschüss.